Sparta Ion, die Nummer 1 der Elektrofahrräder. Mit dem Sparta Ion wird Radfahren zu einem neuen Erlebnis. Sparta hat eine umfangreiche Auswahl an Elektrorädern. Für jeden ein passendes Fahrrad. Aber was macht Sparta Ion so besonders? Das Sparta Ion sorgt für einen unvergleichlichen Fahrkomfort. Dies ist dem klopfenden Herzen des Sparta Ion zu verdanken, der intelligenten Software. Diese Software steuert den leisen und leistungsstarken Motor, der dann für einen fließenden und komfortablen Antrieb sorgt. Das Sparta Ion kann mit Motor im Vorderrad oder Hinterrad ausgestattet werden. Die bequemste Antriebsart erfolgt über den Hinterradmotor. Sie erhalten damit buchstäblich einen zusätzlichen Schub von hinten. Wenn Sie sich für den Motor im Vorderrad entscheiden, kann Ihr Fahrrad mit einem wartungsfreundlich geschlossenen Kettenschutz ausgestattet werden. Auch beim Vorderradantrieb hat Sparta mit dem Ion dafür gesorgt, dass Sie beim Radfahren auch auf losem oder nassen Untergrund verbesserten Grip und Stabilität haben. Der Motor sorgt für einen leisen, leistungsstarken und komfortablen Antrieb Ihres Sparta Ion-Rads. Um den starken Motor mit Energie zu versorgen, nutzt Sparta hochwertige und starke Akkus. Der Akku des Sparta Ion ist mit einem hochwertigen Management-System ausgestattet. Hierdurch ist nicht nur der Akku besonders sicher zu verwenden. Sie können Ihr Ion auch unter dem Gefrierpunkt sicher fahren und aufladen. Mit dem Xtra Quick Charger lädt sich Ihr Akku 50% schneller auf. Als einer von wenigen Herstellern gibt Sparta seinen Ion-Fahrern keine Beschränkungen auf die Anzahl der Akkuladungen oder der gefahrenen Kilometern innerhalb des Garantiezeitraums. Sie können Ihr Ion also so oft, wie Sie wollen, verwenden. Sie können sich für einen Akku im Rahmen entscheiden. Der Akku ist dann blickgeschützt und besonders sicher angebracht. Der niedrige Schwerpunkt sorgt darüber hinaus für eine bessere Fahrstabilität. Sie können sich auch für einen herausnehmbaren Akku entscheiden. Der Vorteil davon besteht darin, dass Sie den Akku überall aufladen können, auch wenn Ihr Stellplatz keine Ladevorrichtung hat. Durch das leichtere Gewicht ohne Akku lässt sich das Fahrrad einfacher hinten auf dem Auto oder Wohnwagen mitnehmen. Über die Anzeige auf dem Ion können Sie die gewählte Unterstützung ablesen und haben Zugriff auf mehr als 15 Funktionen. Hierzu gehört eine Parkfunktion, die zum Beispiel verwendet werden kann, um das Rad auf den Heckträger zu fahren. Die automatische Beleuchtung wird aktiviert, wenn es dunkel wird. Eine Serviceanzeige, eine Zeit- und Temperaturanzeige und ein Fahrtenverzeichnis. Darüber hinaus funktioniert das Display als Anti-Diebstahlschloss. Es ist einfach über den Lenker zu bedienen, sodass Sie beide Hände am Lenker halten können. Das Bata Ion ist mit einem internen Computer ausgestattet. Mit diesem Computer können Software-Updates und persönliche Fahrprogramme genutzt werden, die von Ihrem Händler installiert werden. Sie können sich zum Beispiel für ein Tourenprogramm entscheiden, wenn Sie eine längere Strecke fahren möchten, oder für ein stärkeres Programm, wenn Sie in einer hügeligen Gegend sind. Ihr Händler kann auch einen Bericht mit Informationen über Lade- und Fahrverhalten ausdrucken. Dank dieses internen Computers lässt sich das Bata Ion mit verschiedenen Modulen erweitern, zum Beispiel mit dem Fahren nach Herzschlag. Das Bata Ion passt die Unterstützung dann an Ihren Herzschlag an. Bata Ion – die Nummer 1 der Elektrofahrräder. Bereits mehr als 400.000 Menschen gehen mit gutem Beispiel voran. Entdecken Sie es selbst und machen Sie eine Probefahrt. Auftrag von Lele 10.000 doppelte Das Bata Ion 11.000 �. 100-15.000 Binnen die Nummer 5 hat ich damit. operatet